liebe lego freunde hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren lego news video heute gibt es die ersten bilder zum kommenden 40 563 tribute to lego house gwp ein set das bisher noch ziemlich mysteriös war aber durch diese ersten bilder der verpackung hier von brickdecks wissen wir jetzt auch was hier enthalten sein wird den bisherigen gerüchten zufolge müssen wir auch nicht mehr allzu lange auf das set warten denn angeblich soll es das bereits am kommenden wochenende am 19 und 20 november im rahmen des diesjährigen lego vip wochenendes gratis geben und dann auch noch mal in der woche darauf zum black friday gratis ist vielleicht nicht ganz richtig denn aktuell auch wieder aus der gerüchteküche soll der mindesteinkaufswert ab dem es das set dann gratis gibt bei 250 euro liegen den wert halte ich erstmal für relativ realistisch im letzten jahr hatten wir auch 250 euro wert damals gab es allerdings nur so ein blödes blechschild dazu da ist mir dieses set hier um einiges lieber wie die genauen konditionen dann zum erhalt dieses set sind das werdet ihr dann höchstwahrscheinlich auf bumobricks.de lesen vielleicht mache ich da auch noch mal ein video dazu aber schauen wir uns das set doch jetzt erst mal genau an wie ihr sehen könnt können hier nämlich fünf der bisher im lego haus erschienenen exklusiv sets im klein formaten nachgebaut werden da hätten wir einmal in der mitte direkt das lego haus von 2017 dann haben wir den lego haus baum der kreativität von 2018 die lego haus dinosaurier von 2009 10 die holz ente von 2020 und die brick molding machine von 2021 lediglich das diesjährige set dagniholm masterbilder fehlt leider warum das so ist weiß ich nicht vielleicht wäre das set dann irgendwie zu groß geworden als dass man es dann noch als gbp hätte ausgeben können verstehe ich trotzdem nicht ganz weil dagniholm kam auch schon im märz raus also irgendwie aus spoiler gründen oder so das sollte da nicht die begründung sein dazu gibt es dann außerdem auch noch jeweils so eine kleine schwarze base ihr seht es ja und eine bedruckte fliese mit dem namen des sets was danach gebaut werden kann und ich glaube dass es vor allem für alle lego fans rund um den globus super die nicht einfach mal so die gelegenheit haben nach billund in dänemark zu fahren wie wir das beispielsweise hier in deutschland haben und so kann sich dann jeder trotzdem ein kleines stück des lego hauses zu hause bei sich selbst hinstellen noch eine frage zum schluss warum gibt es jetzt ausgerechnet das lego haus gwp hier in diesem jahr ganz einfach weil das lego haus 2022 tatsächlich schon fünf jahre alt wird also es gibt mehr oder weniger einen großen geburtstag der hier gefeiert wird ende september 2017 wurde das nämlich schon eröffnet jetzt seid ihr gefragt was haltet ihr denn von diesem gwp sagt ihr das ist mir den einkauf von 250 euro wert oder würdet ihr euch dieses set hier lieber zum beispiel auf ebay oder so kaufen schreibt mir eure meinung dazu gerne unten in die kommentare ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs zusehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin wohnen tschüss und dann